Sie sind hier, 6. September 2018, 22.10 Uhr, von Sport1 Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Benjamin Pavard hat eine bleibende Erinnerung an Antonio Rüdiger Urheberrecht Getty Images München Frankreichs Benjamin Pavard kassiert gegen Deutschland einen fiesen, wenn auch unabsichtlichen Tritt von Antonio Rüdiger Die Wunde erinnert an Dinosaurier. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht Livestreams, Live-Dika und aktuelle Berichterstattung aus Ein Bär. Mehr